soviel zu bauen ist hinter uns anderthalb stunde später bauen wir wieder das wird doch nicht kaputt brechen oder das ist das brichen wird das war Wait, woher kommst du hier? Ja okay, da ist es zwar, aber der letzte Mal war er jetzt. Okay. Da wäre die schon misslands gesehen. Naja, aber die sind auch nicht deutlich, weil die sind nach außen, oder? Ja. Oh, das ist gut, 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 gut. Die fressen doch gar nicht. Ich weiß nicht, warum habe ich das noch gleich hier beim Felsen gebaut? Das ist gut. Ja okay, ich muss da von oben rennen. Na komm, geh kaputt. Ich kann dich nicht hier lassen, weil da können wir auch so draufsteigen. Ich muss das so plain wie möglich kriegen. Ich werde es natürlich nicht komplett plain machen, aber... Das ist krass, dass wir äh... fast unser Rested Buff komplett aufgebraucht haben. Äh... und halt noch nicht ansatzweise hier den Weg verlieren. ... ... ... ... Uiuiuiuiuiuiui, ich hab wirklich... Ich hab gedacht, ich hätte das zum Einschuss gebracht, das war der größte Irrtum in Wahrheim, aber gut... ich hab gesehen nichts schlimmes aber ist ärgerlich ich würde das besser hinkriegen na komm schon das problem ist ich werde das in die niedrigel kriegen oder jetzt sind wir auch noch nass hier das anheben aber will ich das so ist nicht wenig was ich hier anheben muss natürlich ich muss es ja nicht auf der höhe annehmen auf die höhe annehmen ich hab das flussbett das kann ich ja benutzen ist ja jetzt schon wieder vorbei jederwurf so schöner ist mit der länge vor fünf minuten ist ja ich hab mir erinnern wie die magie rangehen können fällt mir gerade ein aber ja gut damit äther und alles drum dran ja ist halt level machen können wir vielleicht ein bisschen schlechter gegangen aber mich das jetzt eigentlich ohne dass ich immer runterfülle ach ich hab mir das kaputt gehört nach komm schon danke 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 ich 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 Okay. Keine Eier, mich anzugreifen, sondern muss meine Workbench angehalten, ja? Okay. Funktioniert, aber auch wenn ich es mir anders vorgestellt habe. Aber ja, das passiert. Funktioniert, auch wenn es anders funktioniert, wie gesagt, als ich mir vorgestellt habe. Und bitte entschuldigt bei Bausessions, dass ich da immer ein bisschen ruhiger bin. Aber ich denke halt nach oder konzentriere mich dann darauf, wie das funktioniert. Und wenn sich dann was verändert und so, wie ich das dann machen kann und so weiter und so fort. Und deswegen entschuldige ich das gerade bei Baus nicht deutlich. Ähm, weniger Rede als sonst. Ich weiß, ich bin sonst schon nicht im Singleplayer-Let's-Play der Redaktivste. Ähm, das versuche ich zu ändern, aber das Problem ist, wenn ich alleine bin und ich habe nicht diese Ablenkung, dann konzentriere ich mich jetzt schon sehr aufs Spiel. Aber ja, das sind halt auch alles Lernprozesse und Trainingsprozesse und so weiter so fort. Also von daher ist es okay. Das wird auch funktionieren. Das ist ja nix. Das ist ja nix. Ich werde nicht mehr Resten sein. Ich werde nicht mehr Resten sein. Wood. Grund welches steht, das muss noch weg. Der muss noch weg. Da muss gebaut werden. Passt. Und ich brauche außer. Ich brauche außer. 13 Stunden kein Internet. Jaaaa. Er hat einen Trophy oder keinen Platz für dich. Er hat einen Trophy oder keinen Platz für dich. und ich bin ein bisschen. Ich bin ein Tiefel. Er hat mich immer wieder geändert. Ich bin ein Tiefel. Ich bin ein Tiefel. Und ich bin ein Tiefel. So, aber ich mach eine Schlafenspause, würde ich sagen. Was stirbt denn in der letzten Zeit so viel? Jut, können wir den Eldernbuff ja nicht wieder benutzen? Ja. Gut, den letzten Rest erbauen. Nur eigentlich ein bisschen drauf. Ja, hier ist der Omm-up. Ist ja doch der Hoh, bitte. Danke. Ja, ich kann weghauen, aber kann ich nicht. Du müsstest doch jetzt eigentlich zusammenbrechen, oder? Okay, oder auch nicht. Warum auch? Warum gar nichts dran? Äh. Was hängt denn da noch? Ich hab doch. Joris, meine Maustaste 3, also Mausrad ist kaputt. Fire Damage, Movement, ne, Health Critical. Starproof. Nein, das wollte ich jetzt überhaupt nicht. Just so, ja. Danke. Das ist waterproof. Okay, das ist nice. Tatsächlich, das ist nice. Health Vegan Pierce Damage? Ja, ich glaub, dich würde ich sogar nehmen. Warum hängst du da nicht? things. Okay. Man. Warum gehst du nicht runter? Warum bist du überhaupt noch da? So, warte mal, das ist dumm, was ist von hier einfach, ich glaube ich brauche gleich viele Schläge oder? Ich habe doch richtig gesehen, dass da was runtergefallen ist. Dann steht die Logs Farm jetzt auch gleich. Ich liebe es. So. Äh, habe ich nicht gewechselt? Okay. Da war ich jetzt verwirrt. Keine Wände. Sogar okay. Wobei, ist das okay? Ja doch, das muss ja nicht funktionieren, oder? Okay. So. Die Mauer müsste eigentlich funktionieren. So. 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 Wie mache ich das? Ich mache von da erstmal zu. Ja, genau. Was ist das hier? Warum ist das hier? Ich bin ja am bauen, geht mir nicht auf den Sack, wenn ihr mich nicht ernsthaft verletzen könnt. Ist das das zweite Legendary Serpent Schild, was wir kriegen? Aber wir haben noch keinen Serpent gesehen, finde ich cool. Und das hier will ich nur annehmen. Ich bin da, das ist aber jetzt blöd. Und noch eins weiter gehen. Lächerlich. 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 Lächerlich, Barkeeper, hau raus, was in deinen Fässern steckt. Was ist denn das? Das ist hier, ne? So anfangen. Oh shit. Oh shit. Oh shit. hier auf jeden fall den durchgemachen aber das ist erstmal relativ schock ein stein ich glaube ich kann das erst mal kleiner machen oder ich hoffe ich ja wir machen erstmal kleiner ja wir machen Ich habe mich, dass wir es jetzt wirklich nur abbauen müssen. Ach komm schon. Na komm schon. Na, was ist denn? Na, was ist denn?